What's going on right now? Grüß euch, hier ist der Holly und wir sind hier nicht an einer Raumfahrtstation. Der Ball hier hängt auf guten 250 Metern oben und wenn ihr jetzt hier runter schaut, dann trifft euch vielleicht wie uns gerade der Schlag. Was für ein Blick runter bis zum Times Square, das Paramount Gebäude mit der Kugel und der Uhrzeit. Nebendran das New York Times Gebäude, deswegen Times Square mit dem Ball, der an der Stange hängt und dahinter die Anzeigentafel, die gute 30, 40 Meter entfernt ist. Dann hat das H&M Gebäude, die Bank of America, der Blick rüber bis zu meinem Schiff, da hinten steht es, die Freiheitsstatue, hätten wir jetzt reinzoomen können, hätten wir sie gesehen. Der World Trade Center Tower, ganz im Süden mit der blauen Spitze, in pink gehalten, das Empire State Building. Unten bei der Bar 230 und 5th, das Haus mit dem grünen Dach, Versicherungsgebäude ganz draußen, die Veresano Brücke und dann, wenn wir hier rumschwingen noch, die Baustelle von One Wanderbilt und das Chrysler Gebäude hinter dem Midlife Building. Liebe Leute, wir sagen Servus und Ciao, ich hoffe euch hat der Blick gefallen und wenn ihr nach New York kommt, dann meldet es euch, bis bald, Servus und Ciao, sagt Tolli, Ferti!